Hallo und Willkommen bei Elons Meditation. Es handelt sich hier um einen warmen Wasserfall. Stell dir vor, du stehst unter einem warmen Wasserfall. Und wo das Wasser runterkommt, ist eine warme Quelle. Du taust in das Wasser und taust wieder auf. Du stehst unter einem warmen Wasserfall. Das Wasser läuft in deinen Nacken und du fühlst dich wohl. Das ist schön. Und du willst immer wieder dahin gehen, zu der warmen Quelle, wo warmes Wasser von einem warmen Wasserfall runterkommt. Stell dir das mal vor. Du stehst unter einer warmen Quelle. Unter einem warmen Wasserfall, wo nur warmes Wasser runterkommt. Stell dir das mal vor. Du taust unter und taust wieder auf und gehst zurück an Land, wo es ganz feinen, weichen Sand gibt. Da kannst du schön eine Sandburg bauen. Du nimmst einen Eimer und füllst da ganz vorsichtig Sand rein. Drehst ihn um und klopfst zweimal oben drauf und nimmst ihn wieder ab. Klopf, 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 klopf. Du nimmst den Eimer und machst noch ein Berg. Und in der Mitte machst du noch mit der Hand eine Brücke und da drum ein Graben. Und dann nimmst du den Eimer und machst da Wasser rein. Du findest sehr schöne Muscheln. Hintrin ist es super schön und bunt und der Sand so weich. Du legst dich hin und du nimmst einen Deckel und machst ein Picknick. Danach gehst du wieder ins warme Wasser. Stellst dich unter den warmen Wasser. Und dann tauchst du noch mal unter und gehst an Land. Aber bevor du an Land gehst, sammelst du noch schöne Muscheln und Seegel. Du sammelst sie ein und nimmst sie mit. Du machst ein Loch rein und machst daraus eine Kette. Das war die Meditation der warmen Quelle. Ich fand es schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt ein bisschen wohler fühlt. Macht's gut. Tschüss. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt ein bisschen wohler fühlt. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt ein bisschen wohler fühlt. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt ein bisschen wohler fühlt.